Das ist ein Stuhl, der nur noch drei Beine hat und ich bin Frank und Restaurie in sieben Tagen sieben Stühle, also ab dafür. Erstmal musste das Bein wieder ran, also einmal ordentlich Leim auf die zu klebende Stelle und obendrauf noch eine Ladung schrauben, dann eine kleine Demontage der Sitzfläche und der Rückenlehne und auch wenn ihr dieses Stänglein feiert, sorry, das muss weg. Die Sitzfläche wird mit diesem Stoff hier neu bezogen, also erstmal alle Klammern raus, das alte Zeug weg und dann habe ich den neuen Stoff ganz einfach von unten drangetackert. Das gefixte Bein habe ich einmal ordentlich gespachtelt, trocknen lassen und dann konnte ich die Spachtelmasse und auch den ganzen Stuhl einmal komplett schleifen, denn passend zum Stoff soll der Stuhl dieses entspannte Beige bekommen und zu guter Letzt konnte ich alles wieder zusammenschrauben. Fertig ist dieser einzigartige Stuhl, der echt einen ganz neuen Look und eine Rückenkratzöffnung bekommen hat. Lasst mich auf jeden Fall mal wissen, ob es euch jetzt juckt und wie ihr das Teil findet. Morgen ist Stuhl Nummer 7 an der Reihe, also lasst auf jeden Fall kein Abo da, um das zu verpassen.